Willkommen beim Tipps zur Sporternährung Cheerlösungen. Hier ist Matt, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Heimtrainer mit 8 Widerstandsstufen, verstellbarer Sitzhandpulssensoren, Nutzergewicht bis 120 kg. Eigenschaften Moderne Konfiguration Unser Liegerad ist einfach im Design und modern in der Konfiguration, wie zum Beispiel das wartungsarme Doppelriemenantriebssystem für eine optimale Kraftübertragung, um ein reibungsloses und kraftvolles Erlebnis beim Training zu bieten. Dieses Liegerad ist mit einem verstellbaren Sitz in 9 Stufen ausgestattet, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Ihnen zu erfüllen. Mehrere Trainingsstufen Dieses Fitnessgerät wurde mit 8 Stufen Widerstandseinstellungen ausgestattet, um sich an Ihre vielfältigen Bedingungen anzupassen. Das Gewicht des Schwungrads beträgt 5 kg und mit magnetischem Widerstand wird während der Laufzeit weniger Lärm emittiert und es hat eine längere Lebensdauer. In diesem Fall können Sie die ruhige Umgebung während des Sports erleben. Digitales LCD-Display Unser Heimtrainer ist mit einem digitalen LCD-Monitor ausgestattet, der beim Sportgeschwindigkeit, Zeit, Kalorien, Gesamtstrecke und Herzfrequenz anzeigen kann. Und Sie können Ihre Herzfrequenz über die Griffe um den Sitz herum abrufen. Rücksichtsvolles Design Dieses Liegerad hat ein großes Lederkissen und eine Rückenlinie, um das bequeme Sitzgefühl zu bieten. Darüber hinaus verfügt dieses Fitnessgerät über rutschfeste Pedale, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, und einen Getränkehalter, um sicherzustellen, dass der Benutzer während des Trainings Wasser auffüllen kann, und einen Part-Telefonhalter, um dem Benutzer Unterhaltung beim Sport zu ermöglichen. Der Kunststofffuß macht das Gerät stabil im Gebrauch. Maße Die maximale Belastbarkeit dieses Fitnessgeräts beträgt 120 kg, die Richthöhe liegt unter 195 cm und die Höhe gilt je nach individueller Kondition. Das Transportwellenrad sorgt für eine bequeme Bewegung. Die Größe des Sitzes beträgt 41 Stern 32, 5 cm und die Größe der Rückenlehne beträgt 32, 5 Stern 30, 5 cm. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie während der Installation auf Probleme stoßen, wir bieten Anweisungen und After-Sales-Service für Sie an. Beschreibung Unser Liegerad hat ein modernes und einfaches Design, um die Vorlieben der meisten Benutzer zu erfüllen. Es stehen zwei Farboptionen zur Auswahl, schwarz-gelb und schwarz-rot. Ersteres zeigt Lebendigkeit und Energie und letzteres erzählt Leidenschaft und Moral. Dieses Fitnessgerät hat glatte Linien und ist mit einem digitalen LCD-Display ausgestattet, um mehrere Daten des Körperzustands während des Trainings zu überwachen. Das durchdachte Design bietet den Benutzern ausreichend Komfort. Der Sitz und die Rückenlehne sind für die meisten Benutzer groß genug. Mit diesem Heimtrainer genießen Sie die richtige Bewegung in einer komfortablen Situation und lassen Ihren Traum vom Spaß beim Sport wahr werden. L-Digitales LCD-Display Diese Anzeige hilft Ihnen, die Daten Ihres Körpers in Echtzeit zu überwachen. L-Großer Sitz und Rückenlehne Der ausreichend große Sitz und die Rückenlehne machen Sie während der Übung bequem. L-Einstellbarer Widerstand Achtstufige Widerstandseinstellungen werden Ihrem unterschiedlichen Körperzustand gerecht. L-Durchdachter After-Sales-Service Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wenn Sie während der Installation Fragen haben Produktspezifikationen Schwungradgewicht 5 kg Sitzgröße 41 Stern 32 5 cm Rückenlehnengröße 32 5 Stern 30 5 cm Sitzverstellungsstufen 9 Widerstandsanpassungstufen 8 Maximale Tragfähigkeit 120 kg Benchmarkhöhe 195 cm Verpackungsmaß 93 Stern 35 Stern 54 cm Produktabmessung 137 Stern 49 Stern 100 cm Bruttogewicht 31 kg Nettogewicht 26,9 kg Im Laufe der Jahre ist Tipps zur Sporternährung stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in sarikang.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen. Savemaniatwiz findet Social Media Prominente und bedient die gemeinsame Auswahl von 10.000 erfahrenen Amazon-Verkäufern. Helfen Sie ihnen, die Videoerklärungsmethode zu verwenden, um die Funktionen des Produkts, die wichtigsten Punkte, Verwendungsmethoden, Fähigkeiten und eine One-Stop-Lösung für die Offsite-Marketing-Probleme von Amazon-Verkäufern objektiv und wahrheitsgemäß zu erklären. Wir helfen Ihnen, bei jedem Online-Einkauf Geld zu sparen. Das Gleiche? Wir arbeiten mit den besten E-Commerce-Unternehmen zusammen und durchsuchen das Internet, um exklusive Coupons und Sonderrabatte in Ihren bevorzugten Online-Shops zu finden und anzubieten. Wir arbeiten mit den besten E-Commerce-Unternehmen zusammen und durchsuchen das Internet.